So, mein Glückwunsch. Wir haben heute ein bisschen Geschichte geschrieben. Wir haben verschiedene Grundstücke und einen Vier-Seiten-Hof verkauft. Wir haben von einer Erbengemeinschaft viele Sachen geklärt. Und da wollte ich mal fragen, ob das mit der Zuschke-Mobilienvermittlung alles so geklappt hat und was Sie vielleicht berichten können. Ja, also, es war ja ein ganz schönes Stück Arbeit, das aufzudröseln. Deshalb haben wir uns auch an Sie gewandt, an den Herrn Zuschke gewandt, weil es einfach auch schwierig war, da alle Stellen anzuschreiben, sich ein Gesamtbild zu machen und das über die Bühne zu bringen. Und das hat Herr Zuschke in sehr kurzer Zeit sehr aktiv betrieben, sodass wir wirklich ganz zügig zu dem Ergebnis gekommen sind und alles super geklappt hat. Klasse. Dann haben Sie vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Sommer. Danke.